Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich den guten Open Mind mit am Schdizzl. Namaste. Und wir haben eine Extrem-Challenge ohne Bestrafung, denn das ist ja schon bestrafend genug. Wir machen das einfach nur, weil wir dumm sind anscheinend. Und zwar essen wir die schwersten Ramen, die es gibt, um die Wette. Einfach nur auf Ehre. Ich bedanke mich erstmal für die Location von Yo Easy Kitchen. Hey, und danke auch hinter der Kamera, man. Riesen. Grüße gehen raus an Mindy, der ist in der Nähe. Und ja, ich würde sagen, hast du das schon mal gegessen? Nee, nee, nee. Ich auch nicht, ich habe richtig Schiss und wir haben die ganzen Schafen drin, ne? Ja, ein bisschen sagt, das sind die Schafen, die du hier kriegst. Okay. Und ihr macht das Allmann-Style, weil ihr kein Stäbchen habt. Ja, ich hätte voll gern Städte gehabt. Ich kann das sowieso nicht. Ja, dann hätte ich ja voll den Vorteil, ne? Das wäre mal ein Video, wir bringen Simon bei, wie man mit Stäbchen ist. Ja, das wäre echt richtig geil, okay. Wer sagt, du es habt ja eure Wetten abgegeben, wer gewinnt eigentlich? Ja, genau. Sag mal. Wer gewinnt? Ich wette Haus und Hof auf Simon. Egal was ist, Simon rockt das Ding. Simon, vergiss niemals! Wir haben darauf hingearbeitet, jahrelang, ja? Vergiss nicht mein Druck. Und Baumi, viel Glück. Ja. Pasi, was sagst du? Für Ehre. Danke. Jo? Ja, ich hab mit ihm gegessen. Ja, was schlimm ist, auch ich Tim auf ihn. Ach weh, du wirst dir keine Mühe. Ich werde so. Okay, okay. Drei, zwei, eins, go! Oh! Oh! Mmh! 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 Du darfst schon trinken? Nee, noch nicht. Oh Gott! Oh Gott! Verdammt! Wie süß! Okay, Simon ist fertig aber. Baumi hat noch ein ganz kleines bisschen. Du darfst jetzt auch was trinken. Du darfst jetzt auch was trinken. Du kriegst das nicht runter, die Scheiße. Ah! Ah! Ich fand, das hat sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, dass das leider ziemlich geil war. Auch jetzt. Ah! Gell! Ich hab's richtig genießen können, muss ich sagen. Jawohl, genießen. Ja, richtig. Oh! Eier! Oh! Jetzt bin's aber nach. Das sieht aus, als hätte ich... Aber ich hab ein bisschen... Ich hab auch viel sauberer aufgegessen. Schau mal. Ey, ich bin noch nicht fertig hier. Aber, ey, ich muss echt sagen... Ich hab's mir noch schärfer vorgestellt, muss ich dir gerade sagen. Nee, aber ich glaub, das kommt immer noch. Meinst du? Äh, das kommt noch. Es fährt immer zweimal. Wieder raus, du. Aber der Geschmack ist verdammt geil, Alter. Ja, der schmeckt wirklich geil. Danke. Jo, du hast die Rahmen so geil zu bereitet. Ist das nicht Wasser richtig schlimm, wenn du Schärfe hast? Scheiße, Alter. Das deckt sich in der Regel. Aber hier laufen schon die Tränen so ein bisschen. Ja, aber... Also, ich hab's mir echt noch krasser vorgestellt, sogar. Ich hab's mir echt krass vorgestellt, mir verreckter Halb. Alles klar. Ich dachte, ich fall dir in Ohmacht oder übergebt mich, Leute. Ja, zwischendurch warst du kurz am schlimmsten, weil kurz hab ich so... Kennst du, wenn's scharf ist? Du hast so gehickst, oder? Genau. Ich lass die ganze Zeit nur so... Oh, fuck, Alter. Boah, aber das ist eine faire Schärfe. Das geht relativ schnell, hab ich so das Gefühl. Doch, boah, aber... Habt ihr die schon mal gegessen, Leute? Schreibt's nur in die Kommentare. Ich hab nicht mal die Zeit gestoppt. Ich muss im Video noch mal die Zeit stoppen, wie schnell du warst. Zwei Minuten. Und dann versucht ihr zu Hause, dass wir zu unterbinden. Und zwar drei Minuten. Genau. Wer schneller es schafft, meine Zeit zu bringen, bekommt von ihm ein Ferrari. Ha, 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 ha. Du hast auch Schokolade. Simon, ich danke dir. Hey, auf Ehre, du hast dich gut gewonnen. Du brauchst du dich auf jeden Fall. Ein bisschen Milch. Halte Milch. Ein bisschen Milch. Milch wäre echt nice, ja. Ein bisschen, einen kleinen Schluck. Das ist jetzt so wie bei den Nachrichten. So, jetzt kommt schon der Abspann. Jetzt kommt der Abspann. Jetzt sieht man aber schon... Und wir reden noch weiter. Leute, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Vielen Dank an alle Leute, die hier bei waren. Und ihr habt richtig gewettet. Wie habt ihr gewettet? Schreibt zwar unten auch in die Commentaries rein und versucht seinen Rekord zu schlagen von ZNZEIT. Ja. Boah, ich würde gern nochmal eine Revanche, weil ihr es nicht gegen dich machen, Alter. Ich will noch nicht verlieren, ey. Du bist ein würdiger Gegner, muss ich echt sagen. Du warst schnell, Bobby. Ja, ich war schon nicht schlecht. Du warst, du warst, du warst... Ich war doch fett und habe verloren. Du warst, du warst im Amt, jetzt hast du sogar mehr drin. Weil ich eine große Fresse habe. Ja, aber wie viele Erwerten hast du schon gemacht mit dem Chef? Eins. Okay. Aber vielleicht ist das ja das Format der Zukunft, würde ich. Ja, das können wir echt machen. Das klingt sehr gut. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Und haut rein. Macht's nach. Macht's besser. Sayonara. Ciao. 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 Vielen Dank.